Die Sendung wurde vom NDR 2021 Dich ist das ja nicht so schlimm. Du läufst ja nicht im Matsch. Ich liebe Matsch. Suka-sama! Siehst du, nicht so übel. Ih, kann's noch schlimmer werden? Schnapp sie! Ja, kann's doch. Uno, hast du eine Ahnung, was das ist? Ich bin nicht sicher. Ich kann es erst sagen, wenn ich es sehe. Oder wenn jemand anderes es sieht. Ich will's gar nicht sehen. Es klingt fies. Anga? Ich kann nichts erkennen. Das Gras ist zu dicht. Komm mit, Uno. Ich bring dich in Sicherheit, bevor es angreift. Gute Idee, Makini. Aber wir wissen doch noch gar nicht, was es überhaupt ist. Umso mehr Grund zu verschwinden. Warte! Makini! Haltet euch alle bereit. Da kommt es. Oh, ist er niedlich. Äh, Rechaden. Das ist eine ganze Bande. Hey, hör auf. Lass uns erst mal reden. Keine Zeit zum Reden. Nur Zeit zum Kämpfen. Brauchst du Hilfe? Den hab ich. Danke. Aber da kommt einer für dich. Halt, halt, halt. Der kommt bei mir nicht an. Halt, 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 halt. Hey, du Kleiner. Wie heißt du? Okay, also ich bin Beste. Hey, such dir jemanden in deiner Größe. Eins muss ich zugeben, die Typen haben Mumm. Oh, vielleicht zu viel. oder was soll euch les bester? Weil ich die Zeit.